so hallo und herzlich willkommen heute kleines oster special wir sind hier auf dem thrill seiner easter egg hunt map die er extra gemacht hat hier steht auch noch mal alles drauf gibt ja acht versteckte easter eggs quasi wie hier jetzt zum beispiel an dem truck sieht man eins da kann man dann mit e drauf gehen und dann sagen die was das ganze werden mike und ich jetzt machen mike ist auch mit dabei ja hallo problem ist die map ist leider nur für eine person gemacht deswegen müssen wir das jetzt quasi parallel machen aber wir wollten es zusammen machen deswegen machen wir das jetzt einfach ich werde jetzt einmal auf dieses beispiel klicken damit ihr das hört und wie sich das anhört einfach sprüche quasi von youtuber die dem eingesendet worden sind und da klicken jetzt mal drauf so dann hoffen wir mal dass wir mal los ziehen gleich werden wir noch ein paar kisten aufmachen heute ist ja ostern dann müssen wir ein bisschen lack haben dann würde ich sagen fangen wir an gehst du überall lang oder gehst du die bitte allein ich gehe ich mal über die mitte so 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Hey dude, you just found my barely visible easter egg. Happy easter man. Woman. It's also the end of Passover and we're on over pass. That's the thing. And I still have no closer. Yep. Damn, you found me. I have to wish you a Easter holiday. Days. Musik 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 Oh, you found a crystal egg. That's nice. My name is Crystal, I play for Quenta and I wish you a nice meal. My name is Crystal. I want to trade up. I want to trade up. 5-7 Urban Hazard Max-7 Firestarter Okay, the next one. Are you ready? Yes. Okay, go. This time with a Phoenix. It works. And I have the second Urban Hazard. UMP Corporal. It works. Okay. Okay, what else do I have to do? Break out. Oh, the next one. Phoenix. I'll do first all Phoenix and then break out. Yes. Are you ready? Go! Wow, that was fast. I'm kidding, right? Oh, there was a AWP Asimov. Oh, there was a AWP Asimov. Yeah, man. Shit, man. Wait, I'm coming with a AWP Corporal. I'm coming with a AWP. Wait, 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 wait. Wait, 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 wait. Okay, wait. So a AWP Star Trek. Okay, let's go. Okay. So a AWP Star Trek would be pretty cool. That would be really cool. I've seen the red one. I'll have the red one. I'll have the blue one. I'll have the red one. I'll have the red one. I'll have the Negev. Terror. Okay, the last one. The last one. I'll have the two Phoenix. Asimov. Oder? Okay. Yeah, genau. Asimov. Boah, das ist die scheiß Ork, Alter. Nicht die Siegrigskotzen. Der ist der Elmer, oder? Oh, die AK-47 Redline, Mann. Wäre auch geil. Hast du aber noch nicht gedrückt, oder? Nee, nee. Okay, bist du bereit? Ja, aber jetzt habe ich gedrückt. Okay, ich habe auch gedrückt. Getrolt. 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 Nein, es ist ein Sandstorm. Es ist ein Shit, müsste die heißen. So ein Shitstorm oder so. No! What the fuck? Was? Was ist das? Was denn? Ich habe gerade einmal... Ich habe gerade einmal... Ich konnte unten auf die Skins rechtsklick machen und dann auf benutzen, ne? Was? Und jetzt bin ich in einem richtig komischen Bildschirm und jetzt steht der links... Ich drücke einfach auf Schlüssel benutzen. Ich habe jetzt... Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Was tust du? Ah, ich habe die Kiste nochmal geöffnet. Ich habe... Das sieht genauso aus wie davor. Hä? Du cheatest, man. Du wirst gleich gebackbanned, man. Ja, auf jeden Fall. Du kannst jetzt einfach die Asimwaffe benutzen. Warte, habe ich die Waffe jetzt zweimal bekommen? Das wäre jetzt extrem witzig. Ne, habe ich nicht. Okay. Wäre auch zu krass. Okay. Ja, warte, warte, jetzt muss ich wieder... Ich habe jetzt den Breakout los, ja. Ich habe jetzt den Breakout los, ja. Los Breakout? Ja. Bei mir ist die letzte... Oh, bleib doch bei der Star Trek Mac-10-Heat. Ich kriege jetzt auch keine Star Treks mehr, übrigens. Ne, ich auch nicht. Alles, was irgendwie mir weiterhelfen könnte, kriege ich einfach nicht. Das wurde jetzt, glaube ich, zurückgeschraubt. Ich habe eine Urban Hazard. Oh, so ein Butterfly-Messer wäre schön. Ja. Ich würde mich über was Lilanes schon freuen. Nein. Ich kann schon wieder Gegenstand auswählen machen. Alter, was machst du? Ich auch. Das ist komisch. Ich drücke da aber nicht drauf. Doch, klick mal drauf. Okay. Messer. Ich habe jetzt das Messer ausgewählt. Jetzt muss es auch kommen. Ja, genau. Okay. Los. Wie episch wäre das jetzt ohne Scheiß, Mann, wenn das jetzt kommt, Alter. Das wäre zu krass, Mann. Ne, hat bei mir nicht geklappt. Ne, bei mir auch überhaupt nicht. Ich habe wieder die Labyrinth... Ich glaube, du wirst dann dafür bestraft, dass du es versucht hast. Ja, genau. Wir sollten das lassen. Ey, komm, lass eine schnell. Okay, eine schnell. Go. Ne, eine Tigris. Oh Gott. Das ist ganz gut. Die Glock 18 Star Trek Water Elemental. Was? Ja, leider einsatzerprobt. Aber ich glaube, das ist gut was wert, ne? Ja, Mann. Muss ich gleich mal eben kurz gucken. Warte. Darf ich eben gucken? Haben wir die Zeit? Ja, klar. Wir nehmen uns die Zeit einfach. Genau. Ich muss die erstmal wieder zu meinen Kisten finden. Aber wie viel hast du jetzt noch zum Öffnen? Äh, zwei noch. Dann öffne ich mal eine, weil ich habe eine mehr. Ah, schade. Was ist die wert? Ja, ich habe 16 Euro. Okay. Aber immerhin. Ich habe eine Nova Koi bekommen. Eine, eine Nova Koi hast du bekommen? Ja, das ist schon richtig geil auf jeden Fall. Ja. Okay, bist du bereit? Aber, aber, aber immerhin kein Blau. Ja, Mann. Wenigstens. Also ganz, ganz, ganz kleine Trost. Ja. Ja. Okay. Warte, warte, warte. Let's go, das Biest. Okay. Ich habe schon gedrückt, wo du Let's go, das Biest gesagt hast. Hast du? Oh Mann, nein. Komm, ne Decke auf Desert Strike. Hab ich auch. Alter. Kackt rein, Mann. Kackt rein. Okay, letzte Kiste. Ja. Wow. Ich mag es nochmal auf Butterfly Gegenstand ausfällen. Okay. Ah, kann ich nicht mehr. Dann warte ich mal auf die Cyrax. Ich will nicht so geizig sein. Nicht so geizig? Ja, nicht so gierig. Gierig wäre das richtige Wort gewesen. Ja, genau. Ich wollte schon sagen, what? Ne, ich sehe auch nur Blau. Das ist echt krass, Mann. Ah, schade. Okay, war jetzt ja wieder nicht so krass. War kurz und knackig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut heute Abend im Livestream rein. Ja. Ich weiß nicht wann wir alle online sein werden. Vielleicht so ab 18, 19 Uhr oder so. Mal gucken. Schaut rein. Wäre cool, wenn ihr vorbeischaut. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Frohe Ostern. Gebt einen Daumen hoch natürlich. Auch von mir frohe Ostern natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.